So ein perfekter Headshot, aber der Hitbox vom Schlamm war einfach zu hoch. Aber eigentlich bin ich niedriger gewöhnt wie gerade. Ich hab doch gar alle weggefahren. Ich hab alle gegessen. Ich hab alle weggefahren. Ich habe es gesehen. Vorsicht. David, Michael, Q-Saten wieder. Mann, du kommst aus jeder Kack-Ecke. Den Aim-Bot habe ich gesehen. Nein, nein, nein. Wir lösen das Tore. Viel ist so kaputt bei mir, Mann. Aber jetzt spiele ich besser, weil ich hohe Blocks habe. Oh, ja.